Was soll ich machen? Willkommen, Sammy. Wie kann ich dir bei deiner Entscheidung helfen? Was kann ich kaufen? Aktuell sind diese Produkte zum Kauf verfügbar. Beziehungstest. Um mehr über das Produkt zu erfahren, sage erzähl mir mehr darüber gefolgt vom Produktnamen. Wenn du es kaufen möchtest, sage kaufe gefolgt vom Produktnamen. Also, womit kann ich dir helfen? Erzähl mir mehr über Beziehungstest. Im Beziehungstest kannst du herausfinden, ob deine Beziehung mit deinem Partner oder deiner Partnerin einen Sinn ergibt. Zum Kaufen, sage kaufe Beziehungstest. Kaufe Beziehungstest. Finde heraus, wie gut deine Beziehung mit deinem Partner oder deiner Partnerin ist. Prime Mitglieder sparen 19 Cent. Ohne Prime beträgt der Preis 99 Cent. Alle Nutzungsbedingungen findest du in der Alexa-App. Möchtest du es kaufen? Nein. Okay. Danke für dein Interesse an dem Beziehungstest. Möchtest du noch einen Tipp gegen Langeweile haben? Ja. Gehe doch mal schwimmen. Und kannst du jetzt was mit diesem Vorschlag anfangen, Sammy? Ja. Bis bald.